Krankenhaus göttlicher Heiland. Drei Tage sind seit der Geburt der kleinen Selin vergangen. Und heute darf die 16-jährige Patricia mit ihrer Tochter nach Hause gehen. Mit dabei der frischgebackene Großvater Andreas. Ich glaube, der Papa ist super stolz darauf, Opa zu sein. Ich bin ein stolzer Opa, natürlich. Ganz stolz bin ich auf meine Tochter und auf meinen Enkel. Er geht super lieb mit ihr um. Ja, ich sehe es gerne, wenn er sie so lieb hat und so. Darf ich sagen? Ich tue sie umziehen. Nein, schläft sie. Ja, trotzdem muss ich sie umziehen, Papa. Dass wir heimgehen können. Magst du nicht heim? Jetzt hat so gut der Lampen geschlafen. Als Mama sein, ich weiß nicht, ob ich das schon realisiere. Weil ich habe sie echt nach der Geburt gekriegt und habe gesagt, das war es jetzt. Also ich habe, manch andere schließen mit der Geburt ab. Das waren die Schmerzen und jetzt haben sie ihr Kind. Und ich kann das gar nicht sagen. Ich hatte irgendwie mehr oder weniger keine Geburt, weil so arg fand ich es nicht. Und da auf einmal ein Baby einfach so geschenkt kriegt. Und es ist unglaublich, dass mein Kind ist. Also es ist noch sehr unrealistisch. Ich weiß nicht, wir haben uns schon super eingelebt. Und so, also ich liebe sie und so. Aber es ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das realisiert man erst mit der Zeit, wenn sie dann ein bisschen mehr tut und macht und so. Und ich freue mich schon aufs erste Mal, wenn sie Mama sagt. Also das wäre das schönste Moment werden. Doch das mit dem Mama sagen, wird wohl noch einige Zeit dauern. Für das Teenie-Girl Patricia beginnt nun der Alltag als Mutter. Und somit warten viele neue Herausforderungen und Aufgaben auf die 16-Jährige. Das Spital verlassen zu können, vor allem mit der Celine verlassen zu können, war super. Also das erste Mal draußen und dann gleich Sorgen. Und der Wind geht und ob sie sich nicht verkühlt und so. Aber super. Oh, endlich zu Hause. Ist die Celine zu Hause ab jetzt? Ja. So brav war sie, gell? Mhm. Und beim Alter und so. Das wird sich in den nächsten Tagen alles zeigen. Wie brav die Celine ist, ob sie durchschlaft, ob sie eine Rante ist, eine Grante geht. Das werden wir alles sagen. Kinder sind verschieden und ja. Aber du musst die Patrizia und ich zusammenholt und durchbeißen. Aber wenn deine Ehrme kommt vom Bundesheer, dann muss deine Ehrme genauso reinbeißen. Und wenn sie in der Nacht schreien sollten, dann ist die Patrizia da, das ist die Mama. Der Opa wird schlafen. Schauplatzwechsel in den 15. Wiener Gemeindebezirk und somit zur 16-jährigen Patrizia. So, mein Schatze. Guck mal, gib dir Bettis ausprobieren. Hast du dir schon ihr Bett zeigt? Guck mal, jetzt ausprobieren. Dann sag ich gleich, sie schlafen bis morgen der Frittur. Dann gib dir Betti, hm? Ich hab alles schon vorbereitet. Also es ist alles da. Badewanne, es ist da. Alles. Sie hat sogar Essen, falls meine Milch nicht versättigen sollte. Also, ja, na, einfach alles da. Patrizia hat schon lange vor der Geburt ihr Kinderzimmer-babygerecht umgestaltet, damit der kleiner Goldschatz Selin sich gleich vom Beginn an rundum wohlfühlt. Ein Gitterbett, ein ganz großes, nur für dich. Hm, ja, lasse. Oh, das ist ja sowas. Schau mal. Schau mal. Das ist ja riesig, das Bett, hm? Ich hoffe, dass sie dir gefällt, ihr Gitterbett. Aber ich glaube, mehr oder weniger gefallen. Sie liegt halt drin und schläft da. Für in der Nacht haben wir ein Glühwärmchen, das leuchtet. Wenn ich sie anschaue, ich weiß nicht. Voll komisch, da denke ich mir immer, sie ist so riesig. Und die war in meinem Bauch drinnen vor drei Tagen noch. Wie sich das überhaupt ausgeht, da drin, ehrlich. Ich bin müde. Ja. Dann gute Nacht. Urschön, wenn ich dein Gitterbett liegt. Da strahlt unsere Jungmama. Und bei der hübschen Prinzessin hat sie auch allen Grund dazu. Ich hab dich lieb, meine Mäuse. Ich hab dich lieb. Die Selin ist alles für mich, also wirklich das Allergrößte für mich. Ich glaub, das gibt's nur einmal sowas. Außer es kommt ein zweites Kind, aber vermute ich in nächster Zeit nicht. In Patrizias Kinderzimmer ist der Alltag eingekehrt. Ich hab dich lieb, dass du sie jetzt wickeln einmal? Nein. Wieso nicht? Dein Haken. Ja, du könntest ruhig auch einmal wickeln, ne? Nein. Ich wickel habe ja noch gar nicht. Ja, ich glaub, dass ihm das Wickeln deshalb unangenehm ist, weil er es noch nicht kann. Also, er hat es ja noch nie gemacht. Also wirklich bei gar keinem Baby. Schauen wir mal, ob du überhaupt dazu kommst, dass ich es einmal wickel. Ich glaub, dass wir da auch noch machen und lernen. Ich biege schon irgendwie so hin, dass ich es nicht machen muss. So, westliche Hakenkeit wird er dir. Bitteschön. Das bleibt wieder uns zwei übrig, ne? Das bleibt wieder uns zwei übrig. Ich mag einfach nicht wickeln, Karne. Will ich nicht. Dafür sind ja Mütter da. Ach ja? In welchem Jahrhundert leben wir nochmal? Oder besser gefragt, in welchem lebt wohl René? Du musst mal zuschauen beim Anziehen, Schatze. Bischof, genau. Ja, dann könntest du es einmal versuchen, hm? Ja. Dein Papa, ich sag da, der ist so faul. Der ist so faul. Ha? Der ist so faul, dein Papi. Ja, okay. Ja, wenn ich müde bin, bin ich schon faul. Da will ich nur im Bett legen und nichts tun, also. Aber sonst bin ich eher aktiver. Ach, so ist das. Na dann, bitte. Schau, schau, schau. Das. Schatzi, kommst du noch bitte jetzt her? Wieso? Sonst wächst mich in der Nacht wieder auf, kannst du dir die Nase eintopfen, oder? Ich bin nicht so gemein und tue ihr weh. Das tut ihr nicht weh, die Nase eintopfen, die... Wo sind sie? Da, da stehen sie. Ja, was brauchst du nicht denn? Dass du zuschaust. Dass du heute in der Nacht nicht wieder mich aufwächst fürs Nase eintopfen. Ich weiß ja, wie das geht. Wieso tust du es denn nicht? Schau. Ich weiß, weil das bei mir immer alles schwarz geht, drum will ich das nicht bei ihr machen. Ich hätte trotzdem gerne, dass du das jetzt machst, Schatz. Okay. Ich wollte es einfach, dass er jetzt macht, weil in der Nacht hat er mich eben aufgeweckt und hat gesagt, ja, gib du ihr Nasen-Tropfen. Da habe ich mir gedacht, kann er das nicht selber machen, ne? Im Ganzen? Einen Ganzen Sprüchstus, ja. Sehr wofür ich. Ja. Ich kann nicht so gemeinsam zu ihr. Ich mache nur die lieben Sachen bei ihr. Die bösen, schlimmen, die macht immer mehr. Oh ja, jetzt hat er es geschafft. Und in der anderen auch noch. Jetzt holst du mir jetzt den Rest ihres Lebens. Sicher. So ein gemeiner Papa, hm? So ein gemeiner Papa bist du. Der tut dir die Nase eintropfen, dass du wieder Lob kriegst, hm? So. So. Ah, das ist dein Reich. Ja, unser Reich. Das ist aber schön. Also euer Reich, na klar. Ja. Ist das fein hier? Also hier wohnst du also? Mhm. Schau einmal, was deine lieben Eltern da alles hergekriegt haben. Wer ist denn der Hauptwickler bei euch in der Familie? Absolut nur ich. Du? Hast du schon einmal gewickelt? Nee. Geh probier's einmal. Vielleicht gemeinsam. Ja. Ich helfe überall, wo es geht. Außer wickeln, das mag ich nicht. Komm her, du gibst mir jetzt einmal die Windel. Die kannst du mir schon geben. Da liegt deine Windel. Die gibst mir, die machst du einmal auf. Genau. Hinten aufmachen. Ich zieh sie aus. Du schiebst die Windel, die Frische, drunter. Genau. Ich heb sie einmal hoch. Na schau. Super. Ganz richtig gemacht. Ich hab's dann doch gemacht, dass ich immer Ruhe hab. Also, wenn ich's dann nicht gemacht hätte, hätte die Diskussion nur noch länger gedauert. Habe ich's halt dann gemacht. Na bitte, geht doch. Herzlichen Glückwunsch. Super hingekriegt. Ich find's super, dass der René dann doch gewickelt hat, beziehungsweise versucht hat. Und ja, na, ich fand, ja, eh super. Kann man ja gar nicht sagen. Ich bin halt der Super-Daddy. Gibt kein besserer als mich. Und wer füttert sich? Wer's machst du? Der René, der gefällt mir ganz gut. Das ist zwar ein sehr schüchterner Typ, der nicht allzu viel von sich preisgibt. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen unsicher in all diesen Dingen. Und das steht ihm absolut zu. Also, in dem Alter Vater zu sein, da sind ja die Erwachsenenväter auch unsicher. Also, es steht dir sehr gut, diese Kleine. Und wie fühlt sich das an, das Papasehen? Tja, ganz normal. Das macht ja auch Spaß, gell? Ja. Ich weiß nicht, wie viel machen wir heute. Und man dann endlich aus dem Futter gerät. Und wie ist das in den Nächten? Schläft sie? Genau, gar nicht. Und der Tag schläft sie, wenn er lacht ist. Und du schläfst schon da? Das heißt, du hast da... Wir übernehmen sie bis vier Uhr in der Früh und dann... Das wollte ich gerade fragen, wie habt ihr das organisiert? Der Schichtdienst war auch meine Idee, dass wir das bei der Kleinen so machen. Weil, wenn man wach ist oder so, ist auch nichts anderes. Aber der macht es von da bis da und dann kommt der Nächste und der macht wieder die Uhrzeiten. So machen wir das bei der Kleinen, ganz dezent umsetzen. Also ein Baby ist auch eine Herausforderung, gell? Ja. Ja, aber offensichtlich, also was ihr organisatorisch macht, ist toll. Ihr löst das wirklich miteinander. Was für mich so einen guten Eindruck macht, ist, dass dieses junge Paar, also die Patricia und René, die wirklich versuchen, sich gut zu organisieren. Also das sprechen die miteinander ab. Und das glaubt man gar nicht, dass die jungen Leute das so gut hinkriegen. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, das fand ich voll super, dass ihr gar nichts zum Aussetzen habt. Also ich bin wirklich urstolz. Ja, sicher ist geil, wenn man von einem Experten Lob kriegt. Also ich weiß ja, dass ich es kann. Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir mit Enkelin, Tochter? Stressig. Stressig? Ist es anstrengend? Na ja, freilich ist es eine Umstellung. Ja, na ja, klar. Es ist auf der Platz, das ist nicht mehr. Es ist eng, ja. Aber ihr habt euch gut eingerichtet. Nein, ich habe mich das Bestmöglichste daraus gemacht. Das meine ich, ja. Bis er die Patricia wohnen kriegt. Also wir leben im Moment zu dritt im Kinderzimmer. Es ist recht eng, aber mit viel Liebe und Geduld geht sich das alles aus. Wir haben früher gewohnt auf einer kleineren Wohnung, zu viert, zu fünft. Mit Hund geht es noch dazu und das ist auch gegangen. Wenn man will, geht alles. Eben, eben. Ihr macht das schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich würde mir so sehr für diese Familie wünschen, dass sie erstens einmal eine Wohnung bekommen. Für die Zukunft wünsche ich mir nur ein sorgenfreies Leben. Dass sie nicht am Existenzminimum nagen müssen, sondern wirklich auch sich entsprechend einrichten können. Und ein gesundes Kind. Dass sie so brav bleibt unter Anführungszeichen und dass sie bald in der Nacht schlafen lernt. Und auch, dass es dem Großvater wirklich irgendwann gut geht. Also organisiert euch weiter gut und du wirst ja eine Wohnung kriegen.